In diesem Video zeige ich dir, wie du selbstsicher mit Kritik umgehen kannst, positiv darüber denken und an Stärke sogar gewinnen. Hallo, hier ist der Michael von jetztselbstsicher.de. Wie kannst du selbstbewusst, selbstsicher mit Kritik umgehen? Und Kritik ist erstmal nur Feedback. Und wir bekommen im Alltag sehr selten Feedback, eben weil die meisten nicht gut damit umgehen können und damit ist es eher so eine Art Unhöflichkeit geworden, jemandem Kritik zu geben, ohne dass der Rahmen dafür geschaffen ist, ohne dass derjenige sich das wünscht. Von daher tun wir das im Alltag wenig und selten. Und wenn wir es dann mal bekommen, dann ist es sehr häufig so, dass es etwas Negatives ist. Kritik ist ja mittlerweile eher vom Sprachgebrauch ohnehin als etwas Negatives gemeint. Was ist ursprünglich gar nicht wahr? Theaterkritik beispielsweise hieß ja nicht, dass sie negativ ist. Das hat sich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in etwa gewandelt. Und wenn wir ein Kompliment bekommen, sind wir happy, wie auch immer wir damit umgehen. Aber wenn wir Kritik bekommen, wenn wir irgendetwas Negatives an Rückmeldung bekommen, dann kratzt das sehr häufig am Selbstbewusstsein, an der Selbstsicherheit. Was kann man jetzt dagegen tun? Nun erstmal, es ist eine Rückmeldung, die dir auch helfen kann, dich zu verbessern. Das heißt, nimm sie erstmal an und freue dich darüber, dass jemand überhaupt so ehrlich ist, dir etwas zu sagen. Und wichtig dabei, gib keine Rückmeldung dazu. Hör sie dir einfach an. Fang nicht an, dich recht zu fertigen, sondern nimm sie einfach erstmal an. Denn das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, denk darüber nach, ob das eine Einzelmeinung ist oder ob das vielleicht sogar viele so sehen könnten. Denn was in der Praxis oft passiert ist, wir hören von einer Person, das hast du aber nicht so toll gemacht. Und nun denken wir, oh Gott, alle denken jetzt, das habe ich nicht toll gemacht und glauben sofort, wir sind total schlecht. So ist es aber nicht. In den allermeisten Fällen, das ist so meine Erfahrung aus fast 20 Jahren Feedback, weil ich in meinen Seminaren, natürlich vor allem in den Präsentationsseminaren, sehr viel mit Feedback arbeite, dass es eben sehr, sehr häufig auch eine Einzelmeinung ist. Und das ist dann in Ordnung, denn dann hat diese andere Person eine Meinung. Dazu hat sie das Recht. Du hast ja auch eine Meinung. Das ist also nicht das Problem. Du hörst dir auch diese Meinung an. Das ist ja, finde ich zumindest, persönlich hilfreich, wenn ich weiß, wie andere Menschen denken, wie andere Menschen auch über mich denken. Und damit muss ich aber nicht sagen, oh Gott, alle haben jetzt das als schlecht gesehen. Denn vielleicht sehen 99 Prozent der Menschen eben das gleiche Problem nicht so und finden es vollkommen in Ordnung. Also, zweiter Punkt ist, schau mal nach, ist das eine Einzelmeinung? Und drittens, wenn es keine Einzelmeinung ist, also wenn es etwas ist, was berechtigt ist, was viele so sehen, ja, dann ist es doch toll, wenn du dieses Feedback bekommst, denn dann weißt du doch, was du vielleicht an dir noch arbeiten kannst, was du verbessern kannst, woran du wachsen kannst, wo du besser werden kannst. Und das ist ja das, was wir viel zu selten bekommen. Wir kriegen meistens eben kein Feedback und die Leute wenden sich vielleicht ab von uns, weil sie irgendwas nicht mögen und sagen es uns aber nicht mal. Wir können uns also gar nicht verbessern. Das heißt, wenn du jetzt weißt, es ist keine Einzelmeinung, dann merkst du daran, Mensch, das ist was, Dankeschön, wofür ich mich jetzt verbessern kann. Und der vierte Schritt ist dann tatsächlich, arbeite daran, wenn du es wirst, ist natürlich auch eine freie Entscheidung, denn es gibt auch Dinge, wo du dir durchaus das Recht rausnehmen kannst und sagen, nein, so bin ich, auch wenn es nicht jeder mag, so bin ich und so möchte ich auch bleiben, dann ist das vollkommen okay. Wenn du aber sagst, Mensch, danke für das Feedback, da möchte ich was ändern, dann arbeite daran, dass du besser wirst, sei dankbar und wachse daran. Das ist das, wie man mit Kritik wunderbar umgehen kann, wo man sogar dankbar sein kann für jede Form der Kritik. Ich bin jedes Mal dankbar dafür, wenn ich etwas höre, wo ich das Gefühl habe, das ist auch konstruktiv und nicht nur irgendein blöder Kommentar. Und selbst mit dem blöden Kommentar kann ich gut umgehen, weil dann sage ich, okay, das ist eine Einzelmeinung, da hat der oder die ein Problem damit, muss ich nicht zu meinem Problem machen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude und viel Erfolg damit, wie du künftig selbstbewusst mit Kritik umgehen kannst. Alles Liebe dabei, alles Gute dabei, dein Michael von jetztselbstsicher.de Kritik ist Feedback, also erstens, nimm es an, ohne dich zu rechtfertigen. Zweitens, entscheide, ob es eine Einzelmeinung ist oder ob das eine berechtigte, vielleicht von vielen so gesehene Meinung ist. Drittens, entscheide, ob du etwas ändern möchtest oder ob du es so belassen möchtest, wie es ist. Und viertens, ändere das, was du ändern willst und gewinne daran an Stärke. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lade dir dein kostenloses E-Book 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein herunter. forget o, glaube ich. Ihr feuchtet das web 9 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein, und darum geht es dir vielsächt. Schnellüber studen Sie hier. Z céu an aufge PDFn das zu versevenidos,